Willkommen bei der Online-Wahl der Mitglieder der Fachkollegien der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG Fachkollegienwahl 2019. Nach Aufruf des Wahlportals unter der Adresse www.dfg.de klicken Sie dort auf Zugang zum Wahlsystem. Auf der nachfolgenden Startseite des Wahlsystems mit Hinweisen zur Online-Wahl entscheiden Sie, ob Sie mit der deutschen oder der englischen Sprachfassung des Wahlsystems wählen möchten. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie in fünf Schritten Ihre Stimmen für die Wahl der Fachkollegien abgeben können. Weitere Hinweise zum Wahlvorgang, die Wahlordnung, die Fachsystematik und unsere Kontaktinformationen können Sie über die entsprechenden Schaltflächen im Wahlsystem erreichen. Im ersten Schritt melden Sie sich am Wahlsystem an. Hierfür geben Sie bitte Ihre Wahlnummer und Ihren persönlichen Zugangscode ein. Diese finden Sie auf der Rückseite Ihres Wahlschreibens, welches Sie von Ihrer Wahlstelle rechtzeitig vor Beginn der Wahl erhalten haben. Bitte achten Sie bei der Eingabe des Zugangscodes auf Groß- und Kleinschreibung. Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, folgt aus technischen Gründen kurz ein Zwischenschritt mit dem Hinweis auf Ihre erfolgreiche Anmeldung. Von dort werden Sie im Regelfall automatisch auf eine Seite mit weiteren Hinweisen zur Bedienung des Wahlsystems weitergeleitet. Klicken Sie dann auf Weiter zu – Stimmzettel vorbereiten. In diesem Schritt bereiten Sie Ihren Stimmzettel vor. Aus rund 1.700 Kandidierenden merken Sie sich zunächst beliebig viele Kandidierende unverbindlich vor. Dies können Personen aus allen Fächern und Fachkollegien sein. Vier Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen dafür zur Verfügung. Sie können nach der Fachsystematik, nach dem Nachnamen, nach dem Ort der Einrichtung oder in der Freitextsuche recherchieren. Ein Klick auf I blendet jeweils weitere Zusatzinformationen ein. Durch Klicken der Schaltfläche Vormerken treffen Sie Ihre unverbindliche Vorauswahl aus den Kandidierenden. Diese Vorauswahl wird Ihnen im nächsten Schritt als separate Liste vom Wahlsystem angezeigt. In einem Infokasten wird Ihnen angezeigt, wie viele Kandidierende Sie bereits unverbindlich vorgemerkt haben. Wenn Sie die Vorbereitung Ihres Stimmzettels abgeschlossen haben, klicken Sie auf Stimmzettel ausfüllen. In diesem Schritt verteilen Sie Ihre Stimmen. Insgesamt können Sie bis zu sechs Stimmen vergeben. Einer einzelnen Kandidatin bzw. einem Kandidaten können Sie bis zu drei Stimmen geben. Bereits vorgemerkte Kandidierende und vergebene Stimmen können Sie hier noch aus dem Stimmzettel entfernen. Sie können bei Bedarf auch noch zum vorherigen Schritt zurückkehren und weitere Kandidierende vormerken. Ihre Stimmabgabe ist ungültig, wenn Sie keine Stimme vergeben, mehr als sechs Stimmen vergeben oder die Schaltfläche Enthaltung wählen. Mit der Schaltfläche Stimmzettel prüfen gelangen Sie zum nächsten Schritt. In Schritt 4 wird Ihnen noch einmal Ihr elektronischer Stimmzettel mit der Stimmverteilung angezeigt. Sie haben letztmalig die Möglichkeit, Ihre Eingaben zu korrigieren. Mit Klicken auf die Schaltfläche Verbindliche Stimmabgabe geben Sie Ihren Stimmzettel endgültig ab. Im fünften und letzten Schritt erhalten Sie vom Wahlsystem eine Bestätigung, dass Ihr Stimmzettel ordnungsgemäß eingegangen ist. Ihre Stimmabgabe ist damit abgeschlossen. Bitte schließen Sie nun aus Sicherheitsgründen das Fenster oder beenden den Browser. Auf unserem Wahlportal unter www.dfg.de fk-wahl2019 finden Sie darüber hinaus aktuelle und vertiefende Informationen zur Wahl. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Fachkollegienwahl 2019 der DFG. Wir danken Ihnen nämlich für Ihre Aufmerksamkeit an und Ihre Aufmerksamkeit an und neuen Stimmzettel entdeckt. Untertitelung des ZDF, 2020